Ich bin Claudio Schiesl und das ist eine Palacintenmaschine aus Österreich, hier in Hamburg am C3 und die probieren wir gleich mal aus. Also, damit es mitschauen knutzt. Das sind nur zwei NKWs, die da haben wir aber auch verstanden. Andererseits, das war ja eine Runde, das ist doch gut. Das ist ja so. So, das ist das fertige Stück. Schaut gut aus. Ich sag danke. Ich danke dir. Ja, zurück ins Studio. Das war's NKW. Untertitelung des ZDF, 2020